noch da ja naja bio pause tut gut manchmal dauert sie hat leider auch etwas länger so wie schaut es denn aus benson team wertung okay wir haben drei von vier spielen verloren mit der benson jawohl aber ein spiel katapultiert mich auf zwei wo das war auch knapp ein spiel katapultiert mich halt noch mal noch vier stück dann sind wir durch oder zumindest mit dem gepenkel dann können wir uns wieder gegen den kreuzern widmen es wäre auch ganz geil wenn ich mal gewinnen würde wieder neuner kein flugzeug träger naja mister lappen ich bin habe ich einen als rückenwolldecker ich bin in der nebore stammagier ich bin in der nebore stammagier Javis wird jegliches Duell hier verlieren. Die Kagero wird kein Duell hier eingehen. Das heißt, ich bin der Einzige, der gegen die drei kämpfen wird. Wenn überhaupt. Okay, der Nervulus fährt schon mal weg. Interesting. Wie geht es denn bei eurem Geplänkel voran? Ich glaube, Soundfire hat sogar noch ein paar Sterne gemacht. Gerade habe ich es gesehen. Na ja, dann. Fangen wir mal rein. Läuft mühsam. Ja, das Gefühl kenne ich. Aha. Da ist er nämlich schon drinnen. Und da werde ich gesehen. Okay, also ist es der Katski. Okay, das heißt, ich habe die Katski hier. Enemy submarine detected. Main current critically damaged. Enemy battleship detected. Bumblebee to base. Reporting the position of an enemy. Okay. Okay. Critical engine damage. My turbo speed is gone. Oh, und ich bin raus. Geht so, geht so, geht so. Oh, und ich bin raus. Ja, aber die Cossack. Ja, die Cossack ist übrigens vermutlich auch der gefährlichste von den dreien. Hatte ich ja wieder Glück? Mega. Ich wollte gerade sagen, eine Katzki haut doch nicht so stark zurück, ey. Ja, aber man sieht die Wärme. Ja, wenn du ein paar Stunden am Zocken bist, kannst du keine wirklichen rationalen Informationen mehr aufnehmen und an Entscheidungen treffen. Oh, was weiter? Warum? Ich war nicht in den Kap. Wir haben drei Radars. Ne, die Mäulen kann gar nicht, oder? Wir haben trotzdem zwei Radars. Zwei russische 12km Radars. Doch, die Mäulen hatten Radar. Okay, Moskva. Die Moine ist schon mal da drüben. Ah, Schmister Kuhfürst. Guten Löw. Schmister Kuhfürst. 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 Das war alles guter Moskau Radar. Danke, danke. Wir cappen C. Das heißt die Kuniberti ist rausgefahren. Mh 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 mh. Wer ist von uns gestorben, die Riga? Weit. Mit Captain C. nicht mehr. Don't get sick. Ich mach euch die guten Löwfer auf. Allein schon wieder 17.000 durch Spotting. Jetzt musst du die guten Löwfer sagen. Natürlich, ich rufe es. Die Top haben sie gesehen. Er muss halt jetzt einlenken. Con halt da auch nicht mehr so gut sich an der Insel verstecken. Ja, so. Das werden wir wieder verlieren. Und ich kriege keine 1200. Bei 100 ruft sich irgendwas. Schau. Mit der Benson läuft es heute gar nicht. Probieren wir mal Shima aus. Wir haben ein bisschen Kapitänsep, ein bisschen Freexp. Ja, 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 ja. Ich werde aber auch gleich wild, ey. Meine Bresse. Schießt halt ein, grüßt den nach dem anderen. Ja klar. Ich habe noch ein bisschen geblieben. Ich habe noch mal das Spiel. Ich habe noch ein paar Jahre ausprobieren. Ich habe noch ein paar Jahre ausprobiert. Das Spiel ist jetzt zu sehen. Ich habe noch ein paar Jahre ausprobiert. da da delphine guck 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 das erste mal dass ich überhaupt sehe so ist total ist das wenden ich weiß es aus wettrüsten auf kursen ich muss halt gucken wer da jetzt ist die henry wenn er die masso ist habe ich halt so verloren da ist die masso ja holt sie euch und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Preußen, du kannst gleich nochmal eine kriegen Ich bin freigiebig Was haben wir hier, was ist das Runde? Nachladen, Entschuldigung Keuzen, musst du dran glauben Blöder Kurio, fliegt mich halt genau an Was haben wir hier, was ist das Runde? Der Team hat den Weg gebracht. Death to the full Sephora! Ja Jungs, Radar. Wer radart mich denn hier? Novozibirski. Erhöhter Schaden. Klopp, eingesammelt. Ah, Novozibirski. Zwei Lenden. Novozibirski weg. Das läuft doch wesentlich besser jetzt, oder? Brauch mal Leben. Brauch mal Leben. Brauch mal nicht. Leben ist Schmutz. Das Heilung und das Nachladending, wenn da ist. Aber da geht keiner jetzt hin. Ufff. Ja. 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 Einfach reinwerfen. Was soll schon passieren? Ja. Und Jäger abschießen. Engine Booster deactivated. Ja. 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 schon leicht leicht übel hier sekundär ist schon nervig immer schon die jäger betragen die jäger ist weg hier wird nicht aufgegeben fahr kleiner kufe ist fahr eins zwei und drei haben wir den hier ja wir haben ein kleines bisschen hier torps kriebeln sie schuld daran endlich läuft man was und das dürfte jetzt auch heimbriller und das dürften jetzt auch die 1200 seien geht doch immerhin noch mal zwei sternchen reingefahren da potenzieller schaden benson hat ja auch gewonnen ich fasse es nicht ja aber ich krieg keine 1200 zusammen schmutz schmutz eingeblendet haben wir noch schnappe ich mir meine container soll ist auf container nummer 10 ist da was drin super technische art container nummer 11 nein der unterschied nur smoking und container nummer 12 nein da nur smoking so das heißt 10 11 10 11 12 speichern ein geplänkel haben wir noch wie schaut es denn aus 767 58 ja 6 unterwegs ja soundfall 13 11 schon mehr als ich definitiv ja die amerikaner ging halt gar nicht ich versuche mal den amerikaner den japanischen zerstörer die schien mir war ganz gut ja besser als nix und du hast da noch mehr versuche als ich das ist mein letzter du hast du noch drei okay letzter versuch dann müssen wir kreuzer fahren jetzt die 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 kein flugzeug träger die morgen losgehen und ich habe keine rpf hier drin das heißt das beste was sie machen kann ist hier außen lang fahren und hier reintorben 100 pro anderen reinfahren und hoffen dass es meinen top sind rauskriegt und man die dom Siehe aber auch nix, ne? Ok, ja, mein Das ging ja immer übel in die Hose würde ich sagen. Natürlich kam da Dienewski und Tüdich hat die gleichen Radar gezogen, alter. Und anstatt dass meine Leute nachsetzen, dummeln sie hier hinten rum. Ich krieg keine 1200 Punkte zusammen. Ich brauche Feuer-Support! Kommt er doch schon wieder an und hat zwölf Kilometer Radar parat, oder? Ja, da ist der Radar. Und ich bin durch. Oh! Oh! Ich brauche es! Stopp! Red fire on this target! Smokescreen set! Irgendein Torb hat getroffen. Scheiße ich muss jetzt hier weg. Burn! Torpedos deport! You think this could stop me? Problem solved! Immerhin die Dering ist weg. Jetzt wäre super für Nishima. Geh mal raus. Zufallsgefechte sind heute nicht drin. Aber ich bin durch mit den Zufallsgefechten. Prost! Auf das wieder ein bisschen Zucker mein Hirn kommt. So, geplänkelt ist durch. Müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. So. Na, kann man deaktivieren. Aufträge. Seien sie in viel Gefecht oder den besten für ihre Teams, überdienen die Erfahrung. Das wird wohl jetzt recht einfach sein. Die drei zerstören, werden wir auch hinkriegen. Werft. So, das ist der Punkt, den wir heute noch machen wollten. Das sind, wie viel? Fünfeinhalb Millionen knapp, ne? Das läuft von alleine und dann haben wir noch ein bisschen Basis-EP. Naja. Ich merke schon wieder. Ist hier drin. Einfach wie, wie eine Schwitzkammer. Ja, Sir. So. 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 Warte auf Anweisungen. Ende. Noch keiner da. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Oh, New York. Perfekt. Ist doch schon mal was. Ja, siehst du mich? Ja, siehst mich. Ja, siehst du mich. Ja, siehst du mich. Sehr gut. Je mehr auf mich ballern, desto besser ist das. Ja, wird vermutlich leider nicht so viel werden, wie ich gehofft habe. Torpedos direkt voraus. Ja, da dürfte tot sein. Unser Team hat die Führung übernommen. Torpedos voraus. E-Pots gemacht. Unser Sieg ist in Sicht. Ja, ich meinst du mal 150k. Ich wollte gerade sagen, vielleicht gehen die Sekundäre noch gut, aber... Das ist ein Nagato. Da gibt es nicht so viel Sekundärik. Du hast ja nicht viel Sekundärik. Kommen mein Guts. Ja, in der sehen wir. Ich hör dir. Ja, ich sehe, ich sehe. Auf... Hast du mich oder wie ich sehe? Auf... Unser Sieg ist in Sicht. Diese eine Torque, der wird es machen. Ich vertraue da auch. Ah, da haben noch 300.000 draus geworden. Oh, Shima hat sogar gewonnen, aber ich habe keine 1200 Punkten gemacht. Oh, neue Stufen im Gefechtspass. Muss ich die Teile eigentlich kleben? Stufe 47. Was? Oder kriege ich die Antigree von alleine? Muss ich nichts mehr klären. Ah, jetzt droppen sie rein. Okay. Ich sehe es noch kommen. Ich muss gleich was machen, was ich eigentlich nicht gerne gemacht hätte. Ich muss eventuell doch nochmal einen Kreuzer im Ding spielen. Zufallsgefecht. Dann sowas wie eine Moskva. Da habe ich einen absoluten Tanker. Dann stelle ich mich einfach hin und dann können sie auf mich ballern. So viel sie lustig sind. So viel siehst. So viel Spaß mit ihnen. Sog mir wencann, wenn du color bist. Sog morning, craft auf 10 Uhr. Sog wieder? Sog jetzt durch. Sog. 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 Sog weiter. Sog, was ist das? wie gute jingles ich hoffe ihr habt den euch geholt da gab es den gab es ja zweimal muss ja fast schon sagen jahren vor allem die den nicht bekommen haben es wird vermutlich keinen neuen jingles mehr geben das ist sehr schade ja das hat echt symbolischer typ ja er ist brite und ja er hat diesen britischen trockenen humor natürlich keiner da ah man kann die auch abziehen immerhin fire 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 da 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 Das ist ein Megaton. Nein, wir sollen, wir sollen trine, das heißt, es wird schon damit gerechnet, dass wir doch noch irgendwas dummes machen. Oh, 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 oh. Nerv 5 bei verdienter Erfahrung, lächerlich. Jedes Gefecht. Oh, jetzt komme ich langsam. Auch mal mehr in die Stimmung. Was sagt denn die Temperatur? Also draußen, nicht die vom Rechner. Jo, 34 Grad. Oh, sogar leichter Wind. Gefühlt 35. 37 Prozent Luftfurcht. Ich könnte, das ist vielleicht trocken sogar. Und zumindest draußen. Hier drin leider nicht. Warte auf Anweisungen. Ende. Untertitelung. ja also riesen leichter kreuz eigentlich hat er was 12 über zwölf sekunden nachladezeit absolut schmutz kreuz eigentlich Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war jetzt ein bisschen confused muss ich sagen. Dass der einfach parallel zu mir fahrt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Alle 7er. Wir wollen alle 7er die noch gelevelt werden müssen. Die Mehen hat die Minsk hat nicht. Ja die braucht aber auch nicht mehr. Die Mars hat die Jervis. Hat zum Beispiel nicht. Da könnten wir den 7er da reinpumpen tatsächlich. Die Suri hat den auch nicht. Die Suri braucht aber auch nicht mehr so viel. Ne Suri braucht halt auch nicht mehr. Die Rook. Braucht auch nicht mehr so viel. Hat aber schon. Die Wunkler. Die Wunkler. Braucht auch nicht mehr. Algeri. Algeri. Die Algeri hat. Die Tarigo. Die hat nicht. Braucht die? Ja. Kann man mitnehmen. Gachamada. Hart. Und die Chrom. Die hart. Okay. Das heißt. Den 7er Bonus. Was haben wir gesagt? Auf die Tarigo oder auf die Suri? Ne. Auf die Jervis. Jetzt mal den auf die Tarigo oder? Bonus Paket. Permanent Ding auf die Tarigo. Jaja. Ich habe sogar noch einen. Ja. 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 Jervis. Ja. Wo sehe ich denn, wie viele Bonus Pakete ich habe? Ah. Okay. Ich habe keine 7er Bonus Pakete mehr. Habe ich 6er Bonus Pakete? die haben alle. Ja. Irgendeiner. Okay. Sechse, habe ich keine mehr. ich habe tatsächlich 5 warum habe ich den fünfer bonus pakete das meinte mit und den nikolaus hat schon für den schluss rücksetzen das meinte mit dem fünfer bonus paketen müssen wir warten bis ein neues schiffszweig kommt oder so ja mittlerweile die ganzen neuen schiffszweige die christian vorabzug an schon fünf bis sieben brauchst ja keinen und die wenn du die im vorabzug an kriegst haben die halt schon ihren bonus paket dabei du kannst es halt meistens mit frei spielen das ja okay wir haben ach da haben wir achter bonus paket weiß ich nicht ich habe ein achter bonus paket ja auf der lexington wird sogar sinn machen dass wir die flugzeugträger schnell mal durchkriegen oder auch ein u-boot ich mache es doch ein boot brauche ich nicht was mache ich denn jetzt mit dem achter was ist das was ist was auf ihn hier die haben alle ihre bonus pakete von was natürlich habe ich noch eins wie schaut es denn aus mit tier 9 bonus pakete nein habe ich nicht das heißt ich habe tier 8 und tier 5 stoff ist dann drauf drücken willst grundsätzlich gute voraussetzung da denkt jemand an mich gesundheit danke nicht vollgemacht wie sagt man so schön da denkt jemand an dich wenn du niesen musst einmal bei zweimal ist es meistens die sonne oder die nase es gibt ja einige leute die gucken die sonne und müssen dann nicht machen wir das leben schwer Achtung! Das gibt es doch nicht, dass hier keiner mich sieht. Tut ganz schön weh, oder? Hä? 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 Schießt keiner wirklich auf mich? Hä? 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 Was ist das? 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 Oh, guck mal! Ein Premium Container Patchy of Blue Steel! Was ist das? 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 halt fünf pitchen gefechtsstation viel glück und ruhige wasser vielen dank Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020 In kurzen, aber intensiven Kontakt Und auch ich wäre an einer kleinen Interaktion nicht abgeneigt Der Grimm Kann man empfehlen 148K Ja, easy In Harlem sind wir fast durch Harlem Shake Dü, 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 dü Shake it Dü, 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 dü Das gute Zuckerwasser Und hier, dü, 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 dü... Das Schiff gibt es zum Geburtstag. Wenn mich nicht alles täuscht. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Warte auf Anweisungen. Wird mich immer noch keiner sehen? Da. Warte auf. Warte auf. Wenn man da vorhalten muss, krass. Wird aber nichts treffen. Warte auf Anweisungen. Ende. Zwei haben gedruckt. Wow. Unser Team hat die Führung übernommen. Warte auf Anweisungen. wir zielt auf die brennstelle geschossen jetzt haben wir vier brenner warte auf anweisungen 17,3 million sind immer noch 3,7 million immer noch 3,7 million mehr leben bessere flugabwehr und ruder stellzeit da ist ja jetzt 1000 xp reingeworfen hoffentlich vielleicht letztes kurb gefecht man grindet sich halt so durch ne captain tryhard ob das so ein guter name ist tryhard ist kein kompliment gefechtsstation viel glück und ruhige wasser ja dann warte auf anweisungen ach stimmt die konnten ja wieder nur abgeschießen hmm hmm oh die der Das ist nämlich ja neu. Okay. 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 Unser Team hat die Führung übernommen. Ah, ist halb Millionen. Hä? Unser Sieg ist in Sicht. Okay. Nein. Unser Sieg ist in Sicht. Unser Sieg ist in Sicht. Unser Sieg ist in Sicht. Aber wir sind wieder 600.000. Und damit sind wir die Koops durch, oder? Ganz schön gemütend. Noch 3 Millionen. Uuuuh. So. Jetzt die große Frage. 3 Millionen müssen wir noch machen. Ah. Nehmen wir die Moskwa und stellen uns einfach irgendwo hin. Oder? Stehen die Moskwa und schießen einfach immer nach vorne. Ah. Kapitäns-EP. Können wir noch ein bisschen mitnehmen. Spree-XP. So. Aber bevor wir das machen. Bio-Pause. Jawohl. Bis gleich.